Der heutige Vorschlag ist es, die duale Ausbildung weiterzuentwickeln. Europa ist unsere Zukunft, wenn die wichtigsten Stellschrauben wie die schulische und berufliche Bildung berücksichtigt werden. Konkret wäre es sinnvoll, in Frankreich ein duales Ausbildungssystem nach dem deutschen Modell einzuführen und zu etablieren, um den aktuellen Zustand, dass viele Abiturienten studieren, aber später als Absolventen keine Arbeitsstelle finden, entgegenzuwirken. Bis zum nächsten Mal.